So, ich bin jetzt wieder zurück von der Gamescom zu Hause und ich habe jetzt auch über eine Woche nicht gespielt, also ihr braucht jetzt kein gutes Gameplay zu erwarten. Dann ist hier noch der neue Shop, es gibt ein paar nice Sachen, würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr rechts und im Shop meinen Creator-Code eintragt, ARINFN, dann ANIMIN. Also ja, falls ihr mich kostenlos unterstützen wollt, könnt ihr den gerne eintragen und der wird leider immer noch 14 Tagen entfernt, also ja, vergesst auf jeden Fall nicht, den neu einzutragen, falls ihr mich eintragt. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's mit dem Video. Oh ja, direkt eine goldene Pump. Alter, was war das denn bei einem Laser? So, hier müsste noch einer sein, ja. Ja, der ist unten. Das ist auch wieder mal der größte Trihaler. Hä? Also nur bauen bringt halt nichts, ne? Also der hat gut gebaut, aber nicht einmal geschossen. Ich weiß nicht, normale Pump, goldene taktische, oder? Ach komm, ich nehme die Combat. Obwohl, ne, grüne Pump. Schnell Kokonaru, ne? Och- Ich nehme dich auch nicht. Oh fuck, die Zone kommt Na egal, ich habe eh noch zwei Lagerfeuer Und ein Mediket Ah, da ist der nächste Ich habe auf jeden Fall wieder mega Bock zu streamen Also ich habe ja mal vor ein paar Monaten häufiger mal gestreamt Und ich habe jetzt wieder mega Bock Ah, ich dachte der Leute weiter Und ja, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare Wo ich streamen soll Ob auf Twitch oder auf YouTube Hä, wo ist der hin? Oh Oh Das war's. Das war's. Ja, komm, den trink ich einfach. Ich komm da nicht durch. Ich komm da nicht durch. Er ist komplett verähnt. Ich komm da nicht durch. 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 Was? Ich komm da nicht durch. Ich komm da nicht durch. Und tschüss. Ich komm da nicht durch. 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 Was geht hier gerade ab? Was? Hä? Guck mal, der hat nur Headshots getroffen. Ich konnte nicht mal dagegen bauen. Hä? Was war das denn? Ähm, okay. Also... Was? Er trifft nur Headshots. Okay, das ist das erste Mal, dass ich einen Hacker mit Aimbot selber in der Runde treffe. Der hat echt gutes Aim, muss man sagen. Und schießt der? Man kann nicht mal dagegen bauen. Was? Nee, also... Was? Also, ich habe jetzt über eine Woche nicht gespielt. Ich wollte einfach ein bisschen zocken. Und dann kommt der Typ. So, warte. Warte, erstmal hier, Spieler melden. Cheaten und hacken. So, hier. Aimbot. Warte, das will ich sehen. Er hat sonst noch. Also, der hat sich auf jeden Fall den Wind krass verdient. Muss man sagen. Und das hier haben wir dann auch noch mal gesehen. Die societal havestend 지�ungen. Und dann geht's sehr gut.